Musik 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 Ok dann 3 2 1 Hallo und herzlich willkommen hier wieder liebe Minecraft Fuzzis So hier sind wir wieder mit Filigran Klopapier 720p alias Schleifpapier 40 Yeah Servus Und Hallo Das ist ein Name gewesen Ja 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 Das wird auch bald geändert Bald heiße ich Ingame Klopapier Ich bin halt jetzt noch unter Filigran auf Ingame zu finden Aber Gleiche mich meinem YouTube Kanal Klopapier 720p an Oh cool Das weiß ich nicht mal Das sagst du mir jetzt Ja geh mir mal zeigen was wir so gemacht haben Ja Bevor wieder die Zeit zu uns davon läuft Ja Wir haben hier neben unseren schönen Blase furnace Haben wir uns hier eine Industrial Eine Eine Industrial Elektrolyzer Gecraftet Den Craftet man folgendermaßen Industrial Elektrolyzer 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 Den haben wir hier Schaltkreise Extraktor Elektrolyzer Und Magnetisierer Den haben wir offline gecraftet weil wir gemerkt haben dass wir den brauchen eben Um uns unsere Mining Drills bzw. Diamond Drills herzustellen Zu upgraden Da braucht man dieses Titanium Genau wir haben nämlich schon mal angefangen die Mining Drills zu machen Mit dem Steel was wir durch den Plast Furnace bekommen Und dann aus dem Um aus dem Ganzen einen Diamond Drill zu machen Braucht man eben diese Maschine Und wie das dann funktioniert das zeigen wir euch gleich Und äh Ja ne Da musst du halt einfach oder einfach hier Proxid rein tun Da bekommt man diese Wie heißen denn die kleinen Dinge daraus Tiny Pill of Titanium Genau da braucht man zwei ne vier Stück um ein das draus zu bekommen Was denn das bekommt man ein Ali Äh ein Steel Ne Wie heißt das Ein Titanium Titanium genau Als Nebenprodukt gibt es eben noch Hydrogen Zell Compressed Air Zell und Aluminium Ja Aluminium würden wir eh mal brauchen oder für irgendwas So ich denke Schauen wir mal kurz Die Sturmversorgung die steht jetzt so einigermaßen Das habt ihr ja gesehen Im letzten Video haben wir das ja gezeigt Ja Da haben wir ein bisschen Platz gemacht Ja Die müssen wir dann immer wiederholen Wo haben wir ein bisschen Platz gemacht Da kommen noch ein paar Sachen dazu Genau Hier einfach nur Aloy Furnace Für die Redstone Beziehungsweise Red Aloy Wire Genau die habe ich hier Nehmen wir da Die können wir ziemlich einfach Da Unten der Warte ich sehe nicht doch Da ist er Ah Einfach Kupfer und Redstone rein Und natürlich etwas zurück Genau Hier haben wir schon die rein vorsäten Maschinen Casing Für unsere schöne Blastfernes unten Bestehend aus Advanced Circuits Steel Machine Hull Wiederum Steel Ingot und Maschinen Parts Genau die haben wir gecrafted Haben wir uns einfach gedacht Aber sonst zu viel Refined Iron bräuchten Haben wir einfach die Variante hier genommen Mit 5 Electronic Circuit In den Ecken und in der Mitte Und Refined Iron Genau Und ähm Da kann man tatsächlich raus Aber nimmst du die raus Oder soll ich sie rausnehmen Ah du nur du Ich geh mal unten schon abbauen oder? Brauchen wir eigentlich nicht mehr Genau jetzt haben wir hier 36 Stück Das sind die Wände Eben für den Blastfernes hinten Der Multi-Block für den Blastfernes Damit der eben mehr Hitze vertragen kann Mehr Hitze aufbauen kann Und so eben mehr Oh ja wie mehr Mehr Möglichkeiten hat Schneller Ja nicht schneller unbedingt Aber Man hat mehr Möglichkeiten einfach Zu arbeiten in dem Ganzen Und weil er eben heißer wird Er wird einfach heißer Der Typ wird heißer Heißer Er kokelt schon Er schwitzt schon So 34 Blöcke Was kann man mit denen noch machen? Wahrscheinlich nix oder? Na doch Die brauchen wir später beim Implusionskompressor Da brauchen wir die nochmal So Hier bauen wir das Ganze als Multi-Block auf Genau hast du das Titan-Dust Jetzt komme ich natürlich nicht raus Äh das müsste oben liegen glaube ich So Ach Titan, das darfst du Seht ihr jetzt hat er sich Hat er die umgeschaltet Und kann jetzt die Heat Kapazität Kapazität Jetzt bei 1700 Vorher lags er bei 1050 glaube ich Genau Und jetzt Und 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 Er macht nichts Kein Strom Ah genau ja Und Brauchen wir Strom Ist wichtig Und Hier da Er macht Titan-Dust Genau Und Aus dem Titanium-Dust Können wir uns dann Ich zeige euch das mal Den Drill Wir haben jetzt den normalen Mining-Drill Und Upgraden eben auf den Diamond-Drill Kommen wir den Drill Spare-Diamonds Advanced Circles Und eben diese Besagten Titanium Ingot Die man eben nur so bekommen kann Äh Warum bekommen wir der Steel raus? Weil der noch Steel hergestellt hat Die war noch in der Produktion drin Achso Vorvorhin auch Jetzt hat er sich vorher gemerkt Und jetzt macht er Sagt sich mir schon Ey was ist jetzt los? Der muss mir verarschen So Gut Dann lassen wir den hier arbeiten Dann machen wir den Wir gehen dabei weitere Maschinen-Craften Ich habe da wieder vorbereitet Zwar hier Induction-Schmelzer Diamant Maschinen-Frame geht etwas neu Das braucht man statt Eisen Jetzt Stealingert Was wir ja auch mit Plast-Firniss gemacht haben Das hat sich alles durch Crack-Tech Haben sich die Rezepte eben ein bisschen Verschwert Ja ein bisschen viel teilweise Ja Das auf jeden Fall Und hier haben wir den Magma-Consäbel Auch wieder gleich zu aufbauen Energie Wie heißt das jetzt so ein Rapsition Coil Rapsition Ja Rapsition Wie spricht man die Coile aus? Rapsition Receptition Receptition Keine Ahnung Redstone Receptition Coil Ja auf Englisch heißt das hier nicht Receptition Sondern Receptition Also irgendwie so Keine Ahnung Wie gar nicht Ja Hier draußen die Schafe Die werden natürlich auch noch umgebaut Weil die sind ganz schön nervig Die Schafe werden gebaut Einmal wenn Bitte Die brauchten wir Naja genau Für das Häuschen um unser Haus ein wenig, wie wir schon erzählt haben, wir wollen das ein bisschen im modernen Stil bauen und da haben wir einfach so ein kleines aus weißer Wolle, haben wir das so erzogen, das bisschen zu modernisieren, jetzt kommt dann auch hier vorne, kommt noch ein schöner Weg und alles, das kommt noch alles, das machen wir alles mit euch. Oder auch offline. Ja, teilweise wahrscheinlich auch offline, weil sonst wird es zu langweilig. Aber wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, dann lasst uns das wissen. Wir hören aber eh nicht zu. Ja, nee, das steht ja auf dem anderen Blatt. Weißt du, was wir brauchen? Was denn? Obsidian. Obsidian, wofür? Ja, für diese komischen Glas, für das Hardnet-Glas braucht man ja Obsidian. Ja, da brauchen wir Obsidian. Ich brauche jetzt erstmal hier unten ein bisschen Energie an. Oder wie heißt denn der, mit dem man die Steine macht? Rock irgendwas. Das ist der... Rockgehen, ne? Oder so ein Kerl heißt, ja. Meinst du jetzt den, womit du Obsidian heftet, aus Lava und Wasser, oder? Genau, ja. Ähm. Aber ich glaube, den habe ich gesperrt. Den habe ich, ich glaube, gesperrt. Den kann man gar nicht craften. Das ist... Oh, wieder. Igneos Extruder. Genau, Igneos... Gibt's nicht. Oder? Ne, das habe ich gesperrt. Dann ist auf der White List. Äh, auf der Black List. Auf der White List, der Dive also auf dem Server. Äh, aber nicht gekraftet. Gut. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, für uns, wir müssen Obsidian organisieren. Genau, das heißt, wir brauchen Diamond Band, wo wir wieder da wären. Ich gehe mal unten auf das Titanium-Mole. Da müssen wir uns nämlich... Oder wir brauchen nur Lava-Zellen. Äh, was kann man da? Aber... Titanium. Äh, Advanced Circuit. Und jetzt haben wir die noch? Ne, ich glaube... Boah, Wasserzellen und Lava-Zellen. Da können wir Obsidian machen. Brauchen wir die Advanced Circuits. So. Damit wir mal endlich unsere... Diamond Drills bekommen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und Refinet Iron. Dass das nicht mal irgendwo hier rumliegt. Bin ich so froh, wenn wir bald das Lager haben. Bin ich so froh, dann? So. 2. Redstone brauchen wir. Äh, bin ich da. Lapis. Und... Klostein. Ein wenig Klostein. Für uns. Wie natürlich, ich hätte das was vergessen hier. Zack. Titanium. Drill. Hast du nicht irgendwo eine endlose Wasserquelle? Ja. Boden. Ah, so ein sehr guter Adcrafter. Ich hab jetzt den... ...unser schönen Dings ruiniert, aber egal. Ich dachte, das klappt so. Ne, das klappt nicht. Bei mir hat das letztens geklappt. Verschwindet das Wasser, siehste. Drei-Click. Naja, egal. Ich setze nochmal meine Springbrunnen weg, vielleicht klappst du dann. Ach, du kommst wieder da. Auf jeden Fall hab ich jetzt hier den... ...Diamond-Trill. Jetzt muss der gute Adcrafter nur noch seinen... ...Trill hier reinlegen. Und... ...hat dann auch einen Diamond-Trill. Okay, das... ...das Wasser ist weg. Lalalalalala. Das Wasser ist weg. Das Wasser ist weg. Ich weiß nicht. Ein Creeper ist da. Was, nur. Den würde ich jetzt hier rein getan, oder? Das ist weg. Der Creeper ist da. Oh. Dann hat er unser guter Adcrafter auch. Nur scheiße gebaut, wie immer. Ja, aber warum ist das jetzt weg da? Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Diamond-Trill. Yeah. Fortschritt der Technologie. Geht's um eins besser. Ja, jetzt können wir ja dann Obscena abbauen gehen. Das geht ja dann. Juhu. Diamond-Trill. So, Magma-Kusserhebel, da können wir schon ein bisschen Redstone reinschubsen. Könnt ja schon... Ja, wir hatten mal eingeschrieben, ne? Hast du nicht angeschlossen? Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Ey, voll konkret, Alter. Äh, aber jetzt haben wir... Natürlich, wo tun wir... Ah, warte mal. Warte mal, ich hab ne Idee. Ja, hier kommt noch der andere, der Liquid-Transposer. Hier darf nichts hin. Warte, warum macht der Liquid? Ja, hier kommt der Liquid-Transposer hin. Ähm... Den Schalter? He. Ja, vielleicht hier in der Ecke, so. So, genau, da packen wir. Ich geh mal runter, Kabel verliegen. Ich mach das mal. Mach das mal, legen wir hier lang, ganz einfach. Oh, da ist natürlich eine Alkohol-Umstellung wieder, gell? Oh, eine Güte. Da muss man halt wieder aufpassen, ne? So. Dann legen wir da hinten das Kabel entlang. Oh, würd ich sagen, legen wir uns erst mal vorerst da hoch, oder? Ja, ja. Voll professionell. Ja sicher, voll versteckt, dass es keiner sieht. So ein verstecktes Kabel, da kommt ihr nicht drauf. Nee, nee. Könnt ihr niemals sehen, dieses Kabel. Nein, auf keinen Fall. Das geht sich genau aus. Ja, und jetzt haben wir oben dann auch wenigstens einen Schalter. Erstmal, um Energie... Oh, was machst du denn hier? Hey. Hallo, diese Spinne, was machen sie denn hier? Ähm, Spinne, Entschuldigung. Diese Spinnen, diese Spinnen, die... Spinne, Entschuldigung. Die sind so... Die sind so... Nervig. Ja, und die... Die können, glaub ich, nur weiblich sein. Das... Das hab ich natürlich jetzt nicht gesagt. Habt ihr... Habt ihr alle nicht gehört. Falsch. Voll verstanden habt ihr das alle. Wir müssen da ja zusammenhalten. Das habt ihr mit Sicherheit nicht gehört. Ne, ne. Und wenn ihr's gehört habt, glaub ich... Dann habt ihr's trotzdem nicht gehört. Genau, das glaub ich euch nicht. Ich hab das nie gesagt. Nein. Scheiße, ich liebe dich. Ja, ja, Schatz, ja, ja. Also, hat's... Wirklich. Ich hätte sowas nie gesagt. Ne, auf keinen Fall, ey. Nebenleben, ne. Fühlte viel Angst. Nein. Ja. Jetzt haben wir doch schon... Hier, das wird immer mehr, das wird immer mehr. Wir müssen bald mal hier anbauen. Wir haben bald kapiert. Wie war das am Anfang hier? Guck mal, hab ich eine kleine Mauer und hier die ganze Maschine rein, oder wie war das? Ja, ja, mhm. Hm, ja, ja, aber wir haben ja jetzt schon wieder echt viel geschafft. Das ist unglaublich. Ja, ich bin grad dabei, Liquid Transposer zu bauen, aber... Ja, wir haben auch kein Glas mehr. Uns fehlt auch das... Warte mal, ich glaub hier vorne haben wir... Ich geh mal gucken. Hab ich schon Glas hat. Aber Obsidian brauche ich mehr. Da müssen wir meine gehen, dann. Ja, wobei ich hab echt noch kein Obsidian gesehen. Ich auch nicht, aber wir können uns ja craften. Wir brauchen nur Wasserzellen und Lavazellen. Habe ich schon. Ja, wie lang haben wir denn noch Zeit? Vielleicht gehen sich noch Lavazellen holen aus, oder geht's nicht so? Knappe viereinhalb Minuten. Ich beeil mich. Nee, aber nicht die, was wir immer holen, sondern die anderen muss holen, na? Naja, schon in das Drift und Wasserzeitbombe auch. Ja. So. Ich geh nur noch. Ich geh nur noch. Ich geh nur noch. Ich geh nur noch mal. Ich geh nur noch mal mit, oder so. Damit wir Wasser haben oder einen Eimer. Ach, dir was sagen, ist hier los. Nein. Du wirst mal nicht zu. Wo ist denn der Eimer? Ja, kräft ja einen. Ich geh nur noch eisen. Ja, hier hab ich eis auch. Geh mal raus. Okay, äh, wieso geht das noch? Äh, wieso geht das noch? Okay, danke. Bitte. Verfiss dich. Ah, ich bin schon weg. Ich nehm mal keinen Obsidian hier. Äh, was Obsidian-Ulzer, wenn ich jetzt, das geh ich dir gar nicht holen. Ja, sei hier, ich nehm mal keins da, ey. Das wird ein alter Graub, wie du Obsidian bringst. Rising up, back on the street. With my time, took my chances. Ihr seht, dass ich höre nicht hier in voller Power. Mit voller Leidenschaft, ne? Es geht nicht schneller, es geht nicht schneller. Das muss schneller gehen. Also, einmal im Kreis gerandt und dann gehen wir hier. Äh, einmal. Zack, zack, klick, wird das Brusa. Hau mir den auch noch dazu. Zack. Du bist ne Nähte, ey. Du bist ne Nähte, ey. Ne, seht ihr, guckt ihr, guckt ihr, guckt ihr, seht ihr das, seht ihr das? Was denn? Die User haben sich hier schon voll verliebt, ja? Die User haben sich hier schon vollstens bedient. Natürlich faul. Der Phil, der ist natürlich ein fauler Hund, der baut sich keinen extra Weg, der nimmt einfach den von den Usern. Einfach ne... Ich bin einfach ein faule Hund. So in der Art, ne? Darum geht's zum Spawn. Ei, jetzt hat's ein bisschen geruckelt hier. Ähm... Hat's ein bisschen geleckt, grad kurz. Ein bisschen? Ah, da ist wohl wieder irgendeiner in der Mining-Welt unterwegs. Oder ein netter halt, man weiß das ja nie, ne? Ne, bei mir hat's, äh... Haben wir eigentlich den Mod mit den mehreren Eimern da nicht drauf? Okay. Haben wir wohl drauf gemacht, oder? Soll ich Wasserzellen holen und einen Wassereimer? Einen Wassereimer brauchen wir, ja. Wasserzellen, oder? Und Wasserzellen, ja. Aber einen Eimer, damit wir nun endlich eine Wasserquelle machen können. Oh, ich hab Hunger. Aber warum haben wir den mit den Buckets nicht drauf? Das stört mich jetzt sehr. Damit wir uns drauf machen. Einfach mal hier ein bisschen Wasser rausziehen, ein bisschen Wasser da. Wasser und Brot... Das stinkt nach Kot. Das hat doch niemandem geschadet. Wasser und Brot tut jedem gut. Rein, das halt mal. Ne, nicht wirklich. Wasser und Brot tut jedem gut. Wasser und Brot bringt jede Menge Kot. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, hier Hundi. Gut, 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 gut. Oh, jetzt hab ich mal weggegeben. Oh, gut, gut, hier Hundi. Oh. Oh. Weißt du dich, pass auf. Das habt ihr auch nicht gesehen. Ach, schuldigung, schuldigung. Bin schnell weg. Bin schon wieder weg. Nee, da war das nicht drauf. Schade. Hat niemand gesehen. Wir haben alles auf Video. Ich habe gerade ausgesehen einen Wasserblock gesetzt, als ich den Hund streicheln wollte. Ach ja, der Hund, du hast 12, dann halt einfach neu, ist ja egal, ist ja nur ein Hund. Gleich baut sich majestätisch unsere Kugel auf. Majestätisch. Nuki, ich bin zu Hause. Ja, ich mache dir die Tür auf, komm. Danke. Lalalala, komm rein, magst du was essen? Schuhe ausziehen, Jacke wegkinken. Du kriegst gleich essen, da, kriegst du essen. Alles aufladen. Du machst mein Essen nicht? Du hast ja für mich schon gekocht. Genau. Ich habe auch was für dich mitgebracht von der Arbeit. Wasserzellen und Arvazellen. Danke, machst du eine unendliche Wasserquelle draußen? Ja, mache ich. Bei unserem Garten. Bei unserem Garten haben wir zwei Wasser, da brauchst du nur einen dritten dazu mal. Wo denn? Bei unserem Garten. Ah, hier. Und hier haben wir zehn Obsidien. Schon mal am Anfang. Das pulverisieren wir mal. Ich film mal wieder den. Teich auf. Teich auf. Ja, pulverisierte Obsidien. Ich werde die ganze Zeit gestochen hier. Raus. Und pulverisierte Obsidien mit Lied ergibt Hartnett Glas. Und Hartnett Glas gibt Hartnett Glas. Und ein Hartn haben wir alle. Ah, okay, bei dir ist es nicht so sicher, stimmt. Ja, hast du richtig. Oh Mann, musst du das jedem verladen? Alter, jetzt bin ich traurig. Mami. Das weiß jeder, der das guckt hier, dass ich da Probleme habe. Mami, ja. Schieb drauf, kitzeln, dann geht wieder. So, dann vom Elektrium. Das bekommen wir aus. Ich krieg hier die ganze Zeit auf die Schnauze. Sand und Elektrogramm. Da. Hat Boxer werden sollen hier. Hat anfangen sollen zu boxen. Und nicht Let's Place zu machen. Weil so viel ich nicht verstehe. Wie ich auf die Schnauze krieg von den Kakteen. So, mal hier alles ernten. Ich bin die Frau, Holle. Oh, du hast da. Oh. Ja, soweit. Frau Holle, die Ernte, die Frau Holle, die hat aber nichts mit Ernten zu tun. Die setzt mit Schnee, ja. Mehr macht die nicht. Ja, ich setze halt Kartoffeln statt Schnee. Ich brauch nur Texturen ändern, dann setze ich halt Schnee. Eih. Halt einfach keine Fantasie. So. Jo. Dann die Zeit auch wieder rum. Fehlt noch eine. Ja? Ja. Die Zeit schon wieder rum. Das geht so schnell immer. Das ist der Unklug. Ja, voll, ey. Au. Der piegst mich. Ich war schon Zeckenimpfung. Au. Das ist auch schon Zeckenimpfung. Ich sterbe hier gleich noch. Ich hab nur noch viereinhalb Herzen. Die wollen nicht töten. Meine Pransen wollen nicht töten. Ja, für diese Folge haben wir schon wieder einiges geschafft. Jupp. Und, äh, ja. Wie immer. Da wünschen wir euch viel, viel, viel Spaß mit Klopapier. Ja, und wie immer. Natürlich, ihr wisst Bescheid. Stay tuned. Und schaltet wieder ein, meine Freunde. Genau. Bis bald. Ciao, Leute. Ciao.